Die Fasenacht ist vorbei, meine Herren. Adieu. Es kostet nichts, ein gutes Bärenmüsli zu machen. Und gleich wird es verschissen gemacht. Warum? Weil sie dir wen die Würde nehmen. Neuigkeiten aus der Schweiz vom sogenannten Ausbrecherkönig. Freiheit ist hier, bis er euch nicht freut erhält. Freiheit kann man nicht schenken. Freiheit, fest auf! Stürp! Stürp! Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très haut. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. Et quel est ce qui s'est passé, Herr Stürm? C'est à dire, quel est le Müsli? Untertitelung des ZDF, 2020